Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In einem Land mit 36'000 Einwohnern und genauso vielen Arbeitsplätzen darf es nicht sein, dass die Lächterstaunerinnen und Lächterstauner im eigenen Land keinen Arbeit finden. Vor allem junge Leute, aber auch Generation 50+, tun sich immer schwerer, berufliche Einstücke oder Wiedereinstücke zu finden. Und mit dem zunehmenden Druck auf dem Arbeitsmarkt wird es von Jahr zu Jahr schwerer. Der Staat, die Landesverwaltung und der Staatsneubetrieb sollten hier mit bestem Beispiel vorangehen und den hiesigen qualifizierten Leuten den Weg ins Berufsleben nicht verbauen, sondern fördern. Ich möchte mich darum einsetzen, dass Lächterstaunerinnen und Lächterstauner, die hier im eigenen Land arbeiten wollen, auch eine Stelle überkommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017